Wir haben als FDP die notwendigen Maßnahmen der Staatsregierung mit unterstützt, mitgetragen, auch mit gestaltet, aber auch immer wieder hingewiesen auf Probleme, wie beispielsweise die Ungleichbehandlung, dass jemand wie Frau Frank mit ihrer Gärtnerei eben nicht verkaufen darf, dass die Leute dann ihre Blumenerde beim Discounter kaufen. Genauso geht es den Radlgeschäften, genauso geht es den Baumärkten. Die Leute gehen zum Aldi, kaufen es da und der kleine Einzelhandel schaut in die Röhre. Der Minister hat gesagt, er hat Respekt vor Selbstständigen wieder, Frau Frank. Das ist schön, aber vom Respekt kann sie ihre Mitarbeiter nicht bezahlen. Am Montag öffnen die Geschäfte in allen anderen Bundesländern. Bayern hat schon angekündigt, bei uns wird es möglicherweise noch länger dauern. Da freuen sich gerade die Grenzen an Geschäfte, wenn der ganze Verkehr, die Leute haben jetzt wochenlang nicht eingekauft, über die Grenze fährt, in Baden-Württemberg, in Hessen einkauft und der Bayerische Einzelhandel schaut in die Röhre. Dafür habe ich kein Verständnis und das ist auch ein Riesenproblem.